Hallo ihr Lieben! Und weitere Bücher sind eingetroffen. Ich weiß jetzt... Ich weiß jetzt nicht... Puzzle! Hallo! So... Gut, ich habe, wie man das vielleicht gehört hat am Anfang, wenn ich es drin gelassen habe, die Schweinchen halt, habe ich vorher auspacken müssen, weil alles in Plastik kam. Willkommen ist The Inner Temple of Witchcraft, Magic Meditation und Psychic Development. Ja, also da geht es auch so hauptsächlich um das Innere. Soll sehr gut sein, ist doch dicker als ich dachte und größer. Ähm... Ja... Da werden auch so die verschiedenen Wege vorgestellt und und und. Bin ich jetzt mal gespannt. Und dann kam jetzt auch mal was auf Deutsch, Tagebuch einer Hexe. Ähm... Das soll wirklich ein Tagebuch sein von einer Hexe. Ähm... Die also auch praktiziert. Also jetzt kein Roman oder so. Äh... So. Ist ein Verlag, der mir jetzt so nix sagt. Mal so. Ne? Da. So. Schauen wir mal. Jedenfalls hier drauf bin ich auch gespannt. Äh... Man sieht... Bissle... Ein paar Grafiken. Ähm... Und so sind drin. Äh... Ja... Instant Magic. Und 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 und. Also ich erhoffe mir hiervon, ähm... Mehr so das Innere zu erfahren. Als wie das Äußere mit. Man braucht den Gegenstand und den und den und den. Was ist da hier? Ich hab da was gesehen. Ah ja. Aha. Aha. Okay. Sehr interessant. Ja, lass ich mich dann überraschen. Ähm... Habt ihr schon, äh... Eines von den beiden Büchern gelesen? Äh... Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dann. Tschüss.